Wir hören Hessenkämpfer Félix Mauna und Hussein Tunsch, DMS 2050 Dortmund. Finale Union C 66 kg. Dennis Raiko Pesmauna und Emre Karauk-Klang und Jörg Rundze. Junge C 69 kg. Jonas Hojul Juhl Lünscheider-Botsring und Junge Zuckroft Werterbulsee. Junge B 54 kg. Tunjai Günah, ABV Plettberg und Moham Krasour Karimov, Dombler Boxsport 2050. Finale Jugend B75 Kilogramm, Steven Zittgraf, Schwerter Boxsport und Victor Bruch, S.V. München. Danach machen wir eine kurze Pause und dann gehen wir es weiter mit den Damen, Frauenzeh, 79 Kürger, Margarete Tübs, S.V. München und Jennifer Presser, B.S.K. 92 Kürtel. Der Kampf Nummer 8 findet nicht statt, da nur der Kämpfer Dorgan Günahs von Argen Asper angereist ist. Dann gehen wir zum Kampf Nummer 9, Männer 75 Kilogramm, Alexander Mireau, P.S.V. Una, J.N. Soran, Novakovic, Argen Asper. Kampf Nummer 10, Männer B64 Kilogramm, Jasir Malik, Löwenscheider Boxsport und Mersi Hatzic, Argen Asper. Männer B75 Kilogramm, Alexander Schwenk, Schwerter Boxsport und Ibrahim Benis, Jörg, Argen Asper. Männer A64 Kilogramm, Korain Benier, Jörg und Necke und Janik Kern, Argen B4 Treckenberg. Männer A69 Kilogramm, Baden Geiger, Dormund Ingele und Andreas Meyer, S.V. München. Und der Kampf Nummer 14, Männer A75 Kilogramm, hier ist nur Nuri Giesil von MBR am Angereich. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Veranstaltung. Bitte. 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 Bitte.